hey leute willkommen zurück beim sozi auf dem channel und ihr seht es castle clash und ich gehe wieder auf das event nach dem event das ist wie ihr wahrscheinlich schon wisst wenn man dementsprechend genügend games verbraucht hat darf man kisten öffnen und zwar waren das 2000 games also für 2000 verbrauchte games gibt es einmal truhe öffnen ob ich was gutes kriege schauen wir mal von den helden her brauche ich eigentlich nichts aber vielleicht kommt hier irgendetwas ein goldener schlüssel oder ein haufen merits oder honor budgets oder ich weiß einfach nicht ohja dass mir die 1200 sieht schon mal ganz gut aus die 900 sehr fein vielleicht gibt es noch ein bisschen was ganz brauchbar war das schon mal so das war dann mal das event es klingelt mein telefon das heißt wir sehen uns beim nächsten video